Der Döner mit Liebe fällt mir runter. Nein, das kann doch nicht passiert sein, oder? Ich war bei dem aktuell berühmsten Döner. Und wieso ist der so berühmt? Weil der Döner mit Liebe ist. Der Döner mit ganz viel Liebe bestellt. Genau so einen hab ich mir dann auch bestellt. Mit dem Brot hat er einfach ein Herz für mich geformt. Dann hab ich eine Show mit ganz viel Liebe gemacht. Und dann wurde der Döner auch schon belegt. Ganz viel Liebe. Jetzt dürft ihr aber raten. Er hat mir den Döner gegeben und ich hatte meinen Ball auf dem Kopf. Was meint ihr passiert jetzt? A, der Döner fällt mir runter. B, ich mache direkt Around the World.